Meine Damen und Herren, das war mal ein bisschen schwerer, aber das Bitter schickst du nicht. Schickst du nicht, aber wahrscheinlich wechselst du nicht. Meine Damen und Herren, wenn ihr sie jetzt schon wieder einchecken möchtet, für die nächste Reise bitte schön, unten an den Abendkassen. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute.